Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde TTT auf der Map Bad King Urgrian, was auch immer. Sunday Street! Äh? Achso! Sunday Street bei mir steht halt irgendwas anderes. Ja egal wer da! Dabei sind Reaper, Freak, Navoka, Snay, und Cyberbot. Konnichiwa! Und ich! Und er da! Und dieser da! Und der da! Oh, ich wurde angegriffen! Und da ist der Freak tot! Bei mir steht der Bad Kingdom sonst was. Nee, Sunday Street müsste das sein hier. Ja, ich weiß, hat der Freak auch ausgewählt, aber ich meine nur, bei mir steht da irgendwas anderes. Freak lebt doch ganz selbstverdächtig. Hey! Hey! Hey, wo hast du denn mit den Schuhen geschissen? Wo hab ich den Schuh hingeschissen? Wo hab ich den Schuh hingeschissen? Nein! Ich hab auch gegriffen, wo uns meine Schuhe hingeschissen ist! Navokauf halt noch offensichtiger dann. Ja! 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 hat er gestorben durch ein fass erschossen erschlagen worden hat snail wieder lange weile nein aus klang nach frik so wie das hier gedacht wird ich glaube er das fliegt tot ist meine fast tradition und dann tot das ist so ein hardcore camping was du da abziehst ach dann ist da auch der navokka kämpft da hinten so richtig hardcore oder sound ist kann man hier durch diesen dreck läuft als wenn man in so einer matsch sonst was über schießt fässern oder ist eine taube aufs näge gegangen und ich glaube aber er liegt da nicht alleine ja ich lebe noch jetzt nicht mehr random nein war nicht random na wo hätte ihn genauso gut abgeknallt haben können von deiner richtung ich habe sie nämlich gehört 7.1 dass ich habe genau das beste war es einfach selbst in punkt 1 selbst selbst umbringt weil sie gegen ein fensterrahmen wirft ja ich habe verweilt dass ich geduckt bin ich habe es gesehen ich habe es nicht ich wollte das gar nicht tun nur was mich verwundert hatte war jetzt gerade der friendship beam der irgendwie sehr komisch flog und übrigens für alle die sich wundern ich bin vom turm gefallen darum werde ich gleich mal tot ah ja nur für leute die sich wundern du bist ja nur runter gesprungen weil wir gesagt haben dass du da campen willst nein ich wollte eigentlich auf dem rand da außen rumlaufen gib es zu du wolltest in kreis rumlaufen damit keiner sagt dass du rumlaufen willst das wollte ich auch machen ich wollte das machen was du vorhin gemacht hast ne und dann bin ich runtergefallen ach so ja du wolltest es so machen damit keiner sagt du kennst ne party ah dein griff hat mich getötet gleich kommt eine incy party dann komm ich jetzt selbst mal tschüss ja ne incy ist jetzt unten also runter er ist tot er ist tot cyberbot ist runtergesprungen wieso spricht cyberbot denn in den turm was soll denn blödsinn ballast kahn die haben bestimmt eine abmachen der hat bestimmt mit freak eine abmachen dass er nicht mal als erst sterben soll und haben snay wacke snay snay repa ist auch in den turm gesprungen geile bestimmt jeder schön oh gott schön wie er alle in den turm springt also ist so schön ich geh da nicht hoch ich würd gern reaper confirm aber warte du pukkepack 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 nicht im kopf schießen nein ich kann auch gerne nein das war doof wie unfair was habt ihr jetzt schon wieder gemacht oh ich hab noch ne leiche gefunden äh das ne ist das war schon oh er hat den friendship geschossen er lebt denn jetzt noch alles ich und du und jojo glaube ich ich und du und wir und alle wieso mich sie kann doch genauso gut dich töten also ich bin innozent und na wo kann ich nicht nach so als ob die nachdem weeper deinen namen geschrien hatte und sie wollten zu dir hochkommen ist klar der ist runter gesprungen der ist hier runter gesprungen ist klar der ist falsch haben gestorben ja ist klar kann da wo kann er gucken ich bin es nicht na wo ah nein er schießt auf mich siehst du das war jojo das war jojo das war eindeutig jojo das ist wieder jojo ich sag doch das ist jojo na wo lass uns zusammentun er schießt jetzt einfach alles was auf mich zukommt außer auf mich ich bin dein freund ich helf dir gegen den schalträter jo ist klar er ist viel zu gefährlich na wo kann ich das nicht alleine nee nee das trauge ich nicht das trauge ich alles nicht das finde ich nicht nett dass du mit dem silent das ist das ist jojo das ist eindeutig jojo man no wo ist jetzt eigentlich jojo wir müssen uns zusammen tun gegen jojo der ist so böse ich will dich töten und alles und alles ja man was soll ich denn machen mit LVP ach hier gibt es einen T-Raum ach hier gibt es einen T-Raum ne ja ach so ich soll sie frisch ok warum sehe ich denn sonst keinen von euch warum sehe ich denn sonst keinen von euch weil jojo es ist das zusammentun da wo kommt los hattest du Deathringer ja hattest du oh 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 also freak weißt du was ich jetzt gerade schreiben wollte ich habe es aufgegeben joo ich bin gerade wach geworden was ich auch so genial finde ich habe zwei aufzeiten woche ne und es ist wirklich immer so davor ruft niemand an und wenn ich dann aufnehmen wird mein Handy da so vibrieren drei stunden lang wenn es kann ja lautlos schalten ja lautlos schalten zum beispiel hab ich habe ich oder hört man ausschalten die prien hört kein schwein und verkaufen verkaufen ja genau verkaufen wegschmeißen freak willst du ein Handy kaufen Nokia 33 10 geil ja würde ich sofort nehmen alter aber den Österreichischen Müll den kann man sich doch nicht antun also das war ich gerade modern ne äh äh freak äh nein boah kam gerade frisch raus ey 33 10 voll egal snake und so ja geilen grünen look weißt du wie nice die sind oia vorsicht der darf nicht umkippen warum darf er nicht umkippen nein nein dann hätte er perfekt vor die Tür gepasst ach so ach du wolltest fabrikatieren wer darf nicht umkippen der hier ach mensch Taube das war aber nicht mehr Wokka erwischt Wokka Wem hast du die verkauft oh ich bin runtergefallen man eskalation mit dem Stuhl es eskalation also ich denke das Freak das war mit der Taube ok oh mir geschossen zahlbot geh doch deine bestellliste geh doch deine bestellliste geh doch deine bestellliste ich hab nicht mal geschossen ach komm mal hier guck dir meine Auge nein die hat doch die ganze Munition dann hör auf zu schießen und ich guck mir die an ja Nao ist grad getötet worden ich hab zugeguckt und ich hab nicht geschossen das warst du auf jeden Fall ja dass die jetzt irgendjemand da confirmt oder so ist klar ne wer ballert denn hier auch 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 wach ich wunderte mich grad warum da zum Wolli rumliegt tch na klar hm 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 krieg pass auf da kommt der bei dir da drüben irgendwo rum na da hinten ist ja im haus ah ist eh ein jojo jo du musst dich besser verstecken um dich nicht sehen soll ne hm sagt dir der camper ich kämpf nicht ich lauf im Kreis hm ich drehe mich um meine eigene achse darum ja was soll man machen die waffe hat nicht mal die range dafür welchen leicht nach oben das war ich bin der voll drin geht noch mal weiß kann wer ist nicht melomine eingelaufen das muss ich ja fragen das war dann die leiche dazu ich habe mich über den platz ich habe ich gedacht ich habe hier ich habe mir eine silence gekauft und nein beide meinten habe ich mir gar nicht gekauft dritter versuch jetzt klappt das was denn überhaupt sie will sich vercampen elegant versperrt ich will auch mal campen du musst aber immer rumlaufen dann ist das kein campen jetzt ist scheiße jetzt habe ich keinen bock mehr wieso denn kannst du doch jetzt da hinschieben oder nicht nein aber sollte stehen damit der perfekt vor der tür ist jetzt spiele ich mit melo da war es schockt ich weiß dass ich habe gar nicht habt ihr gehört zahlbar schockt also na wo du als frau kannst du eigentlich kommen lassen wir das mach mir doch gleich mal schaden ja wollte ich ja kein ding so freak komm her du ist das ist ein stuhl ich habe schaden bekommen drei werfen so lange stuhl am kopf ist mit jemandem tot ist mein stuhl aber nicht mein stuhl der kam nah dran nein ich schieße alter was war das jetzt ein prop kill alter ich habe einen traitor getötet was ja mann prop kill wie geil wie der schön geflogen kam du bist richtig geil raus geflogen mann oh ja ich habe das gebiet bekommen das war ein geiler kill ich hab noch einen traitor da unten snae ist der andere gewesen den habe ich gerade gekillt ich halt sag ihn mal darf ich fragen was mich als tegrik gemacht hat äh der friendship beam ich habe keinen friendship beam gehabt das war rennen der kam mir aus der richtung das war rennen ich wollte dich da draufsetzen so ein bisschen so vielleicht ja ne komm schon komm schon bisschen mit dem hinteren wackeln ne für die fans das nehmen wir zu einem alisiris video das nehmen wir zu einem alisiris video das nehmen wir zu einem alisiris video das ist das neue alisiris video so jetzt haben wir hier noch ein bisschen carwash ne ah ja mhm sexy carwash mit blut an mit blutspur am auto ist klar jetzt reibt er sich ein bisschen am kofferraum ne am kofferraum kann man dich da noch lässig draufsetzen kann man dich da noch lässig draufsetzen irgendwie ich warte drauf dass die uja einfach abdrückt jaja das wird wahrscheinlich passieren ne ich weiß nicht weil traitor snail lebt noch äh lebt naja mein Gott lebt nicht so ich kann doch mit cyberbot das auto wischen witzig carwash moonwar komm Alter Freak warum Spaß mit leichen so ein neues Transformation Das war's mit Leichen. Heute Cyberbot. Neues Format auf seinem Kanal. Wer hat denn hier die blöden Melonen verteilt? Freak, soll ich jetzt... Hier, wo sind Melonen? Hier, warte mal. Cyberbot hat ein bisschen Scorboot. Dem könnte das ganz gut tun. Lecker, lecker, lecker! Nicht so klarer. Mir war das nicht klar, dass das ne Falle ist. Doch, weil Reaper davon geredet hat. Das ist so unfair, dass du range hast. Im Ernst, ich lauf in deine Sackgasse. Ich bin nicht da. Im Ernst, jetzt? Was? Na gut, war klar. Jetzt lecker, wirklich. Hm. Hä, klar. Aber! Aber Freak! Was denn? Der Propkill war da gewesen. Ich hätte bei euch auch nicht mit gerechnet. Weil ich hab dann... Da kam ja dieser Friendship runter. Und dann wusste ich grad nicht was abgeht. Und dann... Einfach geworfen, mir voll in die Fresse. Wo ist denn jetzt Narrow gestorben? Der Friendship hat gezerlegt. Der Friendship hat gezerlegt. Bei ihm. Er hängt da so komisch. Der geht genau in die Richtung, wo er hinguckt. Das war eindeutig. Nein, 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 nein. Das war eindeutig. Ja, für mich schon. Er hätte ihn ja schluss in der Hand haben müssen. Cyberboard! Ja, gut. Der Friendship ging los. Alles jetzt schon mehr oder weniger. Wir haben's okay. Komm schon. Er ist wieder zurückgegangen. Snail, Snail, Snail! Doch, das war Rache. Das war Rache. Freak, wo bist du denn? Ich kann grad nicht hier, Snail. Ich hab nur Rache gemacht. Oh, jo? Das war nur Rache, Freak. Ja, nicht. Vielleicht schaffe ich das mit dem Malone. Gleich hat man wieder so ein Friendship. Hab Snail, hab Snail. Warum spielt er mit dem Malone rum? Weil ich's kann. Sind das nicht Teefallen? Schmeiß mal eine hoch. Warte, 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 warte. Ja, wow, sie spielt damit rum. Wow, sie ist so klug. Wow, scheiße. Das letzte Mal hat mich das auch nicht gerettet, dass ich das wusste. Hier kriegst du Bananen. Wohne, kaufe Banane! Verteilen! Na, wo guckt es mir an, wenn du so ein kleines Ding hier anschießt? Guck mal. Was? Warte. Wie so'n Fußball. Ich schätze, irgendjemand campt. Irgendwie ist Campen das Wort des Tages in dieser Folge, oder? Wo ist denn eigentlich der Freak? Ich spiele mit Say's Leiche jetzt. Du bist out. Ach so. Die neue Folge jetzt mit Say's Leiche. Der tanzt an der Stange hier gerade. Wo bist du denn? Ich will das sehen. Ach, da ist er. Da ist er. Oh ja. Er reibt sich dran. Oh, wie... Vor die Freak. Vor die Freak einfach mal. Da 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 da. Die Folge heißt einfach mal so Magic Mike Gary Smott. Was machen wir jetzt noch Schönes? Hey, wir haben Spaß. Wir tollen umher. Ich bring eine Lampe. Kann man da mit reinpacken? Ich bin ein Kaninchen. Ne, ich bin auf der Lampe. Ich bin Meister Lampe. Ich hoffe, ich steige jetzt nicht auf deiner Traitorliste hoch. Ähm. Wow, hier drin klebt Blut. Wie sonst was. Ich hätte mir selber Schaden gemacht mit dem Fass. Wie geil. Ähm. Skillfreak? Skill? Ja. Jojo ist es. Jojo ist es. Oh ja. Äh ne, Navoka war das. Navoka ist. Navoka ist. Ja. Voll die Taube geworfen, ey. Ist sie tot? Ne, ne, sie hat ne Taube auf irgendwie auf Cyberbot geworfen. Nein, klick, 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 klick. Weil du mal deine ganze Munition verbrauchst, ne? Ja, die hab ich für Snape verbraucht. Ja, ey, dann hol dir doch ne frische, Mann. Ja, ich hab doch aber, ich war aus dem Kampf raus. Ich hab mein Teil getan. Du hast deine Leiche schon geschändet, ne? Ach, da oben. Meine Güte. Ja, das ist die Jojo. Oh, schockt sie sich in Juggernaut? Ja, natürlich, wenn ich das so rechtzeitig finde. Ja. Nein. Nein! Ja, Jojo. Genau, als sie aufmacht hat sie... Der folgenden Titel dieser Folge nennt sich Sie campen immer noch. Ne, die nennt ich Fliegsleichenspielstunde. Spaß mit Leichen. Spaß mit Leichen. Spaß mit Leichen, ja. Ja. Freak präsentiert Spaß mit Leichen. Liebes Tagebuch, ich hatte heute eine nekrophile Anwandlung. Nur eine? Oder wenn sie nicht gestorben sind, spielen sie noch heute mit den Leichen. Äh, nein. Oder campen sie noch heute. Ja, oder das. Das wird besser passen, ja. Aber mit den Leichen... Nein. Okay. Da muss Freak drin vorkommen. Da muss Freak drin vorkommen bei Leichen. Ey, ich werd auf dieser scheiß Map nicht nochmal Traitor. Das krieg ich auch noch nicht, Mann. Okay, du bist Traitor. Eindeutig bist du jetzt Traitor rüber. Das ist so eindeutig. Nein! Mach ich jetzt hier in die Ecke und rauch, dass wir einen rumhallen. Hast du gehört? Freak heißt das. Ja. Ja, ist das eindeutig. Was mag jemand sagen so? Redel-Stil sein? Ey, das... Ey, da hat es mir grad wieder umgebracht. Da hat es mir grad wieder umgebracht. Ich glaube, das war Reaper. Ich hab gesagt, ich rauch mir jetzt erstmal ein und nicht. Ich wedel mir eine. Das ist... Ja, aber das ist trotzdem wieder umgebracht. Das wäre runtergefallen. Und rauchen ist so gut wie umbringen. Freak, komm schon an Propkill. Nein, ich brauch die Leiche. Ich hab einen Traitor gekillt. Im Ernst. So, yo, yo. Was machen wir feines jetzt? Harry, dein Kollege ist tot. Warte, du brauchst noch ein Intro. Freak präsentiert Spaß mit Leichen. In dieser Episode, yo-yo. Jetzt kannst du. Geil, das kann ich hier vorne vorschneiden. Danke. Gerne doch. Wenn du mal einen Einsprecher brauchst, so ein Ding, sagst du mir halt bescheiden. Alles klar. Warum soll ich gegenboxen, Freak? Gottverdammter Disco mehr... Disco, Disco Party Party. Ja, genau. Wo? Welch tot für was? Ne? Ah! Der will die Traitor Leiche. Der jagt mich. Nein. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich grad offensichtlich rumgeschoppt hast. Aber... Ey! Ach man. Du shoppt ja nicht mitten auf der Trippe. Ich wollte da gerade was platzieren, du. Ja. Föchter will ich... Hör auf. Hör auf, die auf meine Leiche zu setzen. Letzte Runde, es sei denn sie wird genauso schnell wie die letzte... Anadadadadadadadadadadadadadadadadadadada hatte ich dich hatte ich dann würde ich sagen oder 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 okay 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 war man in rief und naoka na seine nekrophile anwandlungen legen sich ja bis jetzt nur auf männer aus das würde ich sagen ja das kann man sich überleben hat die einer von den beinen wo wir mal wir mal ein besuchen wir mal aus der luft mit dem auch zu ballern eine melone das war die letzte warte da vorne sind noch schildkröten also freak da hinten hatten wir naoka das waren die letzte die man die 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 noch nicht gelaufen und so aber man kann nicht nur nicht nur genau die jede ex die vermutung dass freak und snail traiter sind ich spielte freak nur eine leiche an die damit ich hab dein kopf wie sie auch wenn du kein skin hast mein auftrag ich hab drauf gewartet dass du das jetzt erst ninja tarte jojo da da oben da oben ich bin raus ich hab meine leiche mit mit einer rifle wurde sie umgebracht guten tag und dann hast du mal umgefallen ist auto fahren ja freak brauchte doch eine leiche echt war es nicht ja aber hast du dich glaubt ne st der hat krass für freak einen umgebracht und wieder eine rifle weggeschmissen die braucht eine leiche die braucht eine leiche sag freak sag freak einfach ich glaub freak er hat ihn gerade getötet für freak ich hab doch reaper und freak hey wer schießt denn hier aufs fach wir haben noch die ganze zeit darüber geredet hör mal zu zahmert wir haben noch die ganze zeit darüber geredet dass freak eine leiche braucht er hat sich zwei personen ausgesucht entweder reaper oder navuca ey was soll das das soll das nein die melone soll in ihren arm liegen also ich hab nen tegelköt jawollo und ich hab nen neuen diegel skin what the fuu ach na wo kann man jetzt schlägt dich so an setz dich da hin und fahr hey freak freak ich hab nen baby loger smoke weed everyday jawoll also freak oder jojo bei mir steht eh nur dann ach boom baby ich wollte ihn doch tauben hey ich hab mit dem baby gekillt so moment 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 wir werden jetzt eigentlich am ende aber lass uns doch jetzt noch ne random runde machen na gut ok random runde freak freak ich hab deinen namen alle ehrlich gemacht ich hab ihn doch mit dem baby gekillt jawoll sehr schön wie geil Slaydirt ist einfach einer woker du brauchst ne leicht du hast hier zwei ausgesucht also nein ich hab keine waffen hier scheiße scheiße random runde ich hab ne necke alter ich brauch auch irgendwas schönes oh fäuste ich ich hau euch alle um na wo komm wir töten alle und dann wenn ne faust bistens tut mir leid ich kann momentan überhaupt keine unterstützung liefern boah ich hab ne weg du musst es nur versuchen nein ich will kein random ich mach euch fertig ich springe vom dach ne ne das ist doch random nein ich will nicht ja creeper hat ne melonen also ne melomine geplantet alter ja das ist ja auch ha 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 In der Random Runde Dörfen Traitor nicht gewinnen Und wir wünschen euch viel Spaß Bei den zukünftigen Folgen Und bis dahin dann Tschüss